Empfangen Sie mit uns die Narrenzungs aus Baarsweilern mit Räumer Düsseldorf! 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 Und es wäre natürlich wunderschön, wenn ihr Marie schön tanzt und ihr klatscht alle mit. Dann bleibt ihr auch schön bei der Wärme. Einen Applaus, merke ich, es hat euch gefallen. Das war für euch die Tanzgarde der KG Narrenzunft. Lassen wir uns auch mal hochleben mit Treiber von Herzen. Düsseldorf, Horstmiller, Tanzgarde, vielen Dank. Wir haben nicht nur was zum Tanzen mitgebracht, zum Gucken, sondern wir haben auch was mitgebracht zum Feiern und zum Mitschunkeln. Dafür bitte ich nach vorne in unserem Regiment Spiemerzug und in der Leitung des Tambour-Majors, Michael Körs. Lass den Knüppel tanzen. Und alle kräftig mitmachen. Und alle kräftig mitmachen. Und alle kräftig mitmachen. Doch mit mir, da wolltest du nie. Doch mit mir, doch mit mir, da wolltest du nie. Dann hätt's von der Welt gedacht, ich köle. Dann hätt's von der Welt, das steht am Riech. Ist auf der Himmel, das ist lau und das ist schnittig in die Maul. Doch die Kölschen haben im Hetznis noch eine Schicht. Ich bin ne Räuber, lef Marie Eltsche. Bin ne Räuber, durch und durch. Le bin da dahin. Ich bin ne Räuber, mach mir auch kein Sohn. Denn wir sind Düsseldorfer-Mätscher. Wir lassen uns nicht dran, Fummelö. Wir lassen keine dran. Jetzt die Männer! Denn wir sind Düsseldorfer-Junde. Am Reiterbüxchen an. Wir lassen uns nicht dran, Fummelö. Wir lassen keine dran. Wir lassen uns nicht dran, vers registriert und blendet eine Fenbüxchen werden. Wir lassen uns nicht dran, Fummelö. Wir machen uns nicht nur eine Apostel Vamos provisions. Das heißt, es ist die Village-Südinger. Doch anders kann ich schnitzen, nehmt mich so wie ich bin. Alle mit Klettern! Einfach so wie ich bin. Ich weiß genau, dass ich fehlerhand, doch anders kann ich schnitzen, nehmt mich so wie ich bin. Ich weiß genau, dass ich fehlerhand, doch anders kann ich schnitzen, doch anders kann ich schnitzen. Jawohl! Das war für euch am heutigen Mittag der Regimentsspielmann-Zucht der KG-Narrenzunft unter der Leitung des Tampa-Majors. Michael Körs, ein großer Applaus bitte! Lieber Flieberzug, macht uns Platz! Ob wir trocken sind die Staatsjungen der Hofgarde. Guck mal, meiner, da ist eine Hilfslinie am Boden. Kommt mal alle schnell mit den Fußspitzen bis da vorne. Och, guck mal da, ein Offizier. Willst du meinen Säbel haben? Warte mal, mach mal. Wenn, dann darfst du auch mitpräsentieren, da sind wir ja nicht so ernst, ne? Die zahle ich gerne. Lieber Jürgen, zu Ehren der Prinzengarde Düsseldorf wird jetzt präsentiert. Hofgarde, ob ihr passt! Zieht das Säbel! Hofgarde präsentiert! Der Zahbel an die Schulter, packt das Ding weg, langsam und füllsichtig. An euren Applaus habe ich gemerkt, es hat euch gefallen. Lassen wir unsere große Tanzmachie hochnehmen mit drei Wochen von Hetzel. Düsseldorf! Jürgen! Boswela! Jürgen! Herzlichen Dank, liebe Joel! Jürgen! Wir müssen natürlich nicht gehen, ohne zwei Geschenke hier zu lassen. Das sind natürlich unsere Sessionsorden. Einmal sollst du den natürlich empfangen hier als Vizekommandant. Grüßes, wie Gott! Und natürlich die junge Dame, die mir jetzt meinen Zahbel zurückbringt und die so schön mitgemacht hat. Du sollst natürlich auch unseren diesjährigen Sessionsorden erhalten. Und ich denke, Jungens, sollen wir sie mitnehmen? Er wird nichts mitgenommen. Einmal. Einmal von Marische, bitte. Ah, Marische. Und du einmal von mir. Natürlich wollen wir auch Dankeschön sagen mit unseren diesjährigen Jubiläums-Sessionsorden. Einmal natürlich an den stolzen Udo, ne? Udo war das, ne? Udo. Einmal hier an den Stolzen. Und dann haben wir gesagt, nehmen wir doch die beiden Haare schön. Ah, wunderbar. Und einmal an die beiden Tanzmariechen, die wir hier. glorreiche Seenamen. Ich sehe, ihr habt den Nachwuchs und das macht der Vizekommandant selbst. Es war sehr schön. Nächstes Jahr, das sind Präzise, ist er wie hier. Wir sagen Danke, der Narrenzhoff-Bassweiler mit Reimer Düsseldorf. Helau. Düsseldorf. Helau. Düsseldorf. Helau. Und jetzt bringt das Geböse runter. Ein Anliegen habe ich noch. Boswiller A. Ja. Boswiller A. Ja. Narrenzhoff A. Dankeschön. Wir werden es bis nächstes Jahr geübt haben. Kommt gut zu Hause, macht das ja und tschüss zusammen. Es verabschiedet jetzt von euch die KG Narrenzunft und wie gesagt, jede Träume, die ihr lachen, ganz groß sind jetzt zur Grieche. Noch eine schöne Session bis Aschermittwoch. Viel Spaß noch. Tschüss zusammen. Musik 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 Auf unserer Basweiler-Freundheit, Elmer Düsseldorf. Düsseldorf, Basweiler. Ah, unter den Klängen verabschieden wir die Narrenzunft aus Basweiler. Kommt gut nach Hause und jetzt kommt ein weiterer Höhepunkt hier auf der Düsseldorfer Bühne. Unsere Freunde aus Ratingen empfangen mit uns die Prinzengarde der Stadt Ratingen. Und Rot-Weiß. Wenn natürlich die anderen abgezogen sind, so schlau sind wir schon, Herr Karas. Das wissen wir. Musik Musik